RIVISAR 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 Das ist so cool wenn ich auch geheilt werden würde Ey, geil, geil Also so ein Heiler dabei zu haben ist schon edel 60 Ich hab 60 zombies gekillt Ich leuchte Ich leuchte Ich meine, Zombies leuchten Gold RIVISAR Ist das mein Niko von... Ah ne, passt alles Die Facecam läuft auch noch an Ich weiß nie was jetzt schief Oh Shit, oh shit Packt mich nicht, oh ihr Schweinepriester JAAI Oh, da ist er etwa schon tot Sein Zombie, will ich... Da ist der Heiler Oh, noch ein Heiler? Ah, vielleicht heilen ja die... Hey, der macht in unserem Garde rum Schuhausgarde Wow, du Kacke Oh, hallo Oh Gott, ich verreck Was, man kann... Man wird wiederbelebt? Okay, gut Alles schaffen die bis dahin Top Zombie Killer Killer Ist gleich wieder am Start Yeah, thank you Take das scheiß Ding weg Spiel doch wieder mit meinem Scheiß Muss das Ding denn kaputt machen Ja Ja, ich will dein Zeug kaufen Ich will jetzt auch Pflanzen kaufen können Ja, zur Ladezone Aber wo ist die? Ähm... Ist man ein Grabstein? Hä? Hey, nein, wir wollen zur Ladezone Nasenknecht Nur Headshots Cheats haben sie mich genannt Leute Kommt mal ran Ja, kommt mal in die Ladezone Verdammt, wie cool Leute, direkt was gepflanzt Sehr gut Sehr löblich Oh fuck Oh fuck Ist das cool Au, 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 au Sackrattel Ja, da kommt er Wuuuuh Deppi Dave Du alter Depp Hellwund, schnell Yeah Ja geil Also wir haben überlebt Wir haben den Garten gerettet Oder allein gelassen jetzt am Schluss Aber naja Geil Geil Moment Sind das jetzt Sticker Begrüßungspaket Cool Hab ich jetzt alle bekommen Also sind die kostenlos Die Pakete hier Das ist richtig Tatsächlich Aber das sind nicht die Sticker Die Sachen die ich äh Pflanzen kann Das aussieht Uuuuuhm We gonna die Uuuuuh Ist ja wie früher bei Bei äh Yu-Gi-Oh oder so Wenn man die Boosterpacks gekauft hat Und sich gedacht hat Komm schon Der weiße steife Blickdrache Mit versteiftem Glied Moment Moment Irgendein Drache Ja Aber das ist voll günstig Und so weißt du voll günstig auf einmal Ich hab noch lange nicht so was günstiges Voll lang entdeckt He 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 Der Rest kostet was fickt euch Nein wir holen einfach mal das hier Weil ich jetzt auch nicht will Dass ich jetzt im nächsten Spiel Äh da stehe ohne Pflanzen Die werden wohl einfach aufgebraucht Die Sticker ne Wenn es heißt keine Pflanzen mehr übrig Äh sind die irgendwann Nicht mehr übrig Ich bin bereit Achtzig Abschüsse nach einem Spiel ja Das äh Ha 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 Naja ja Ich hoffe das sind so andere Und ich hoffe da heilt auch jemand Pflanze einen Garten Und schütze ihn bis Bis Depp der Dave zurückkehrt Dein Angriff ist heftig Hello Mein Name ist Aaaaaa Hey ich bin Batman Aaaaaa Klar Nutze fünfmal die Hyperfähigkeit Hyperaktiv Das passt zu mir Denn ich bin hyperaktiv Hyper Hyper Aber wie geht denn das Ich nehm an das ist Rennen Ja klar In die Fresse Ich bin jetzt ganz alleine Jetzt werde ich mich mal fett verteidigen Irgendwie lange ich alleine durch halt Zombies Brains Ah das sind auch Spieler Juhu Wow Also ich glaube nicht dass ich die Sachen so gut gesetzt habe Aber pfff Na gute Aber das gefällt mir schon mit dem Bauen hier und sowas Die Pflanzen äh ne ist geil Das hat was von Pflanzen versus Zombies Ahahaha Rückzug Au 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 Na gut Das läuft ja ganz gut ne Kriege ich auch die Kills die meine Pflanzen machen Oh die haben sie kaputt gemacht Wenn die pinkeln, pinkeln sie Schweine Daher der Name ist Schweine Gucken wir mal Ob ich die Kills Achso Wann ist jetzt beides Ach shit Wann ist jetzt beides Treffer Es ist schwierig daneben zu schießen für mich Wisst ihr? Ich bin ja Adam eskalieren Oh eine neue Fähigkeit nach dem nächsten Spawn Ultra Penis Kanone Perfekte Welle Perfekt Dies war perfek Aber ich hab's irgendwie morin dass wir dieses Spiel nicht komplett schaffen So wie vorhin Brains Ich mag Brains Und ich mag Brains Instakill Uuu Ich bin da fett drum zur Weimar Aha Der hat in meine Bombe Aua Ich dachte er hat in meine Bombe reingekommen da weiter Nur mit seinem Wichsbeugen geschossen Okay Bin dann mal weg Doch nicht So viel Spaß Ich hab jetzt mal irgendwie um den Ding hier drumherum So Arschlöpchen Das war fett Das war fett Und die ist noch feste hier Was ich es irgendwie schaff Schaff ich mal locker Steine Heilpflanze hin Abgekommen 2 4 2 4 4 5 1 2 4 2 3 Nein, das ist kein Dummydeck, aber...